Moin, in diesem Video geht es um einen ersten Blick auf Neuronen und künstliche neuronale Netze, wie sie in verschiedenen KI-Systemen verwendet werden. Wie funktioniert denn jetzt diese KI? Ein künstliches neuronales Netz ist der Versuch, das menschliche Gehirn und dessen Funktionsweise auf einem Computer nachzubilden. Kern eines solchen Netzes sind die Neuronen. Im Gehirn sind Neuronen Nervenzellen. Diese haben bestimmte Stellen, die sogenannten Synapsen, an denen sie elektrische oder chemische Signale zum Beispiel von den Sinnesorganen empfangen oder weitergeben. Wenn an eingehenden Synapsen genügend solcher Signale zusammenkommen, wird das Neuron aktiviert und das Signal an die ausgehenden Synapsen weitergegeben. Wie viele Signale das genau sein müssen und wie die einzelnen Reize gewichtet werden, ist bis heute nicht vollständig erforscht. Werden die Synapsen im Gehirn häufig verwendet, werden sie stärker. Sollten sie weniger verwendet werden, verkümmern die Synapsen und sind damit weniger gut zu gebrauchen. Ein Neuron in einem künstlichen neuronalen Netz versucht dieses Verhalten des Gehirns für jedes Neuron bestmöglich nachzubilden. Wie die Synapsen erhält jedes Neuron eine Reihe von eingehenden und ausgehenden Werten. Diese Werte sind dabei grundsätzlich numerische Werte in Form eines Vektors. Jeder Eingangswert wird für einen Neuron gewichtet. Richtige, erfolgversprechende Reize werden üblicherweise verstärkt, andere im Verhältnis abgeschwächt. Die Werte werden an den Eingängen dann verarbeitet. Also zuerst wird Reize mit Gewicht multipliziert und dann die verschiedenen Ergebnisse aufaddiert. Außerdem wird ein Unsicherheitsfaktor, der sogenannte Bias, hinzugefügt. Anders als ein Neuron im Hirn erwartet das Neuron im künstlichen neuronalen Netz immer eine Ausgabe. Es muss also immer aktiviert werden. Dazu wird eine Aktivierungsfunktion verwendet. Hierbei kann es sich um eine beliebige Funktion handeln. Ein Beispiel, das gern verwendet wird, ist die sogenannte Sigmoid-Funktion, welche die Eingabe auf einen Wert zwischen 0 und 1 abbildet. Am Ende wird das Ergebnis dann ausgegeben, also das Ergebnis dann auf die angeschlossenen Ausgangssynapsen des Neurons abgebildet und somit weitergegeben. Wie funktionieren diese Neuronen jetzt in der Praxis? Um mal ein Beispiel zu geben. Wie könnte eine KI zwischen einem Bild mit einer Sonne und einem Mond darauf unterscheiden? Für einen Menschen ist die Sache klar. Hat man erstmal den Unterschied verstanden, stören dann auch verschiedene Größen, Varianten und Hintergründe nicht mehr. Bei einer technischen Verarbeitung reichen normalerweise jedoch schon kleinste Unterschiede für eine hohe Fehleranfälligkeit. Es gibt verschiedene Trainingsmöglichkeiten für KI, die wir im nächsten Video dieser Reihe ausführlicher beschreiben. Hier nehmen wir mal an, dass als Trainingsdaten viele verschiedene Bilder mit der Information, ob darauf eine Sonne oder ein Mond abgebildet sind, eingespeist werden. Wie werden die Bildinformationen jetzt verarbeitet? Genau wie im menschlichen Gehirn ist ein Neuron allein nicht ausreichend, um sinnvolle Ergebnisse zu liefern. In der Regel besteht ein künstliches neuronales Netz aus bis zu drei Schichten. Das Bild wird also in verschiedene Bildpunkte gerastert, die dann einzeln bewertet werden. In unserem Beispiel werden für schwarze Pixel der Wert 1 zugeordnet und für die weißen der Wert 0. Das passiert nicht nur für einige, wie im Beispiel, sondern für alle Pixel des Bildes. Man nennt diese Eingangsschicht Input Layer. Hierbei werden dann eine größere Zahl Neuronen benötigt, die in einem neuronalen Netz zusammengefasst werden und die Informationen verarbeiten. Diese innere Schicht übernimmt die Berechnung innerhalb des künstlichen neuronalen Netzes. Dabei sind die Neuronen untereinander verbunden. Ob jedes Neuron mit jedem anderen verbunden wird oder ob eine andere Strategie verfolgt wird, entscheidet der Entwickler des Netzes bei der Erstellung. In dieser internen Schicht werden auch die verschiedenen Informationen gewichtet und abgebildet. Wie diese interne Schicht zu einem Ergebnis kommt, ist bei großen Netzen in der Regel nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird hier auch häufig von einer Blackbox geredet. Selbst die Entwickler wissen meistens nur noch, dass ein neuronales Netz zu einer passenden Entscheidung gekommen ist und nicht mehr warum. Die Ausgabeschicht, Output Layer, gibt dann das berechnete Ergebnis aus. In dem abgebildeten Beispiel eben, ob es sich um ein Bild mit einer Sonne oder einem Mond handelt. Dass ein neuronales Netz überhaupt zu einer Entscheidung kommt, liegt heutzutage weniger an der eigentlichen Programmierung als hauptsächlich am Training mit sehr großen Datenmengen. Je mehr Daten vorliegen, desto besser ist das neuronale Netz, was seine Antworten angeht. Da die Bewertungsprozesse von außen nicht sichtbar sind, kann es hier aber auch zu unerwarteten Fehleinschätzungen kommen. Dass ein solches System zum Beispiel dunklere Bilder eher zu Mond und hellere eher zu Sonne sortiert, mag noch logisch erscheinen. Es kann aber auch passieren, dass die KI lernt, dass Mondbilder besonders häufig von einem bestimmten Künstler entworfen wurden und dessen besondere Pixelanordnung der Kamera dann zu Mond zuordnet, auch wenn auf dem Bild für Menschen eindeutig eine Sonne zu sehen ist. Was genau sich hinter dem Training von Daten verbirgt und welche Besonderheiten hier noch zu finden sind, kommt in unserem Video zum Thema Training von KI-Programmen. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser kurzen Einführung in den Themenbereich Künstliche Intelligenz. Weitere Angebote zu dem Thema finden Sie auf der Seite der Medienberatung des IQSH. Bei weiteren Fragen zum Thema Künstliche Intelligenz schreiben Sie auch gern eine Mail an medienberatung-at-bildungsdienste.landsh.de. Vielen Dank.